Hallo Astro-Rebellin! Hi Astro-Rebell! Willkommen zu deinem Kanal der Astrologie. Ich bin Emanuel von Zenstern, dein astrologischer Lebensberater. Und das ist die allgemeine Prognose für Oktober 2022. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast und weitere Videos von mir ansehen möchtest, würde ich dir darauf hinweisen, diesen Kanal jetzt zu abonnieren. Und nun die Prognose. Liebe Jungfrau, am 1. Oktober hast du Venus-Opposition Jupiter. Am Monatsanfang ist viel Bewegung in den Bereichen des Geldes, Einkommen, Besitz und Beziehungen zu beobachten. Das Wahrnehmen und Genießen von erfreulichen Momenten mit Familie und Freunden ist im Laufe der ersten zwei Monatswochen möglich. Es empfiehlt sich, keine großen Investitionen bis zum 13. des Monats zu tätigen. Zwischen dem 2. und 7. hast du Merkur, Trigon und Pluto. Du wirst dich große Sorgen um etwas oder jemanden machen. Möglicherweise wirst du nicht genau wissen, wie du mit einem Menschen am besten umgehen solltest. Du hast vieles für andere Menschen in der Vergangenheit getan. Jetzt musst du mehr an dich denken, liebe Jungfrau. Am 8. hast du Pluto direkt laufend im Sternzeichen Steinbock bis Juni 2023 sind. Es sind bedeutende Veränderungen erforderlich, um die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben zu schaffen. Eine wichtige Investition ist notwendig, um ein persönliches Projekt erfolgreich durchzuführen. Die Beziehungen zu deinen Kindern oder Enkelkindern wird sich drastisch verändern. Davon kann man mit dieser Konstellation ausgehen. Am 10. hast du einen Vollmond im Sternzeichen Widar. Themen wie finanzielle Sicherheit, Steuer, Versicherung, Erbe oder Psyche können durch den Einfluss dieses Vollmondes hervorgehoben werden. Du solltest dich spätestens bis Ende Oktober von Dingen und sogar von manchen Menschen, die du nicht mehr brauchst, befreien. Am 11. hast du Merkur in Waage eingetreten. Bis 29. Oktober wirst du in der Lage sein, mehr Kontrolle über deine Ausgaben oder gegebenenfalls über die Ausgaben deiner Familie auszuüben. Glück und Fortschritte im Geschäft sind möglich. Am 12. Oktober hast du Merkur, Opposition, Jupiter, große Geldtransaktionen können mit dieser Platzierung durchgeführt werden. Vielleicht solltest du jemandem nicht zu viel von deinem Leben oder von deinem Glück erzählen. Vorsicht beim Autofahren sowie bei der Nutzung von sozialen Netzwerken ist geboten. Zwischen dem 13. und dem 18. Monatstag hast du Sonne, Trigon, Mars. Du hast die Kraft und du hast den Mut, für mehr Sicherheit und Komfort in deinem Leben zu sorgen. Missverständnisse und Schwierigkeiten in der zwischenmenschlichen Kommunikation sind leider wahrscheinlich. Zwischen dem 19. und dem 22. hast du Venus, Quadrat, Pluto. Also starke Emotionen werden an diesen Tagen hochkommen. Selbstkontrolle und die Fähigkeit zu vergessen und loszulassen kommen dir zugute. Du kannst nicht alles kontrollieren, liebe Jungfrau, aber du kannst deine Reaktionen und du kannst auch deine Gedanken kontrollieren. Am 23. hast du Saturn direkt im Sternzeichen Wassermann. Bis März 2023 wird es für dich eine Herausforderung sein, dein Leben neu zu organisieren und den richtigen Weg in Bezug auf deine persönlichen Ziele zu finden. Am 23. tritt Venus in Skorpion ein. Bis Mitte November wirst du dich ernsthaft mit jemandem auseinandersetzen. Negative Gedanken, Eifersucht und Neid können sich bei manchen Jungfrauen bemerkbar machen. Am 25. haben wir nicht nur einen neuen Mond, sondern auch eine Sonnenfinsternis im Sternzeichen Skorpion. Eine Veränderung des Wohn- und Arbeitsumfeldes ist mit diesem Sonnenfinsternis unvermeidlich. Danach am 29. hast du Merkur in Skorpion eingetreten. Bis zum 17. November stehen Themen wie Umsiedlung, Geschwister und Reisen mit krassen Veränderungen in Verbindung. Und dann zum Schluss am 30. Oktober haben wir am Marsch rückläufig in Zwilling. Bis Januar 2023 gibt es etwas, was du ändern musst, um bewusster und effizienter zu leben. Liebe Jungfrau, mit dieser allgemeinen Aussage beende ich diese Prognose und du kannst gerne eine individuelle Analyse auf meiner Homepage buchen. Ich wünsche dir alles Gute im Oktober, viel Glück und wir sehen uns im nächsten Video.